Hier zeigen wir das Zerlegen eines Canon Tintendruckers MX700. Der Drucker wurde etwas länger als zwei Jahre genutzt. Wie üblich gehen dann meistens die Geräte kaputt. Und der Käufer ist der Dumme, wie in diesem Fall. Der Drucker meldet seit einiger Zeit Service erforderlich. Da aber die Garantie abgelaufen war und es immer teurer wird, wenn man den Service in Anspruch nimmt, haben wir den Drucker bis zur letzten Sekunde genutzt. Irgendwann schaltete der Drucker ab mit der Displaymeldung. Fehler 5800 Service erforderlich. Als erstes haben wir die hinteren Schrauben des MX700 gelöst, was ja recht einfach ging. Nach intensiver Suche wurden hinter zwei Abdeckungen zwei schwarze Schrauben gefunden, die die Seitenteile festhalten. Hier kam die Frage auf, warum schwarze Schrauben? Sollte man die eventuell gar nicht finden können? Nachdem wir die erste Hürde genommen hatten, haben wir uns die Seitenteile angeschaut und auch ein graues Verkleidungsteil abgebaut. Tipp! Man muss es gar nicht abbauen. Wie hier gut zu sehen ist, es dient einfach nur der Optik. Die ganzen Plastikteile lassen sich nur mit größerem Kraftaufwand entfernen. Die Seitenteile muss man leicht nach hinten ziehen, um sie vom Drucker zu lösen. Mit einem Schraubenzieher drückt man dann in die markierten Spalten, um die Plastikhaken, mit denen die Seitenteile befestigt sind, zu entfernen. Im Video sieht es relativ einfach aus, was es aber nicht unbedingt ist. Wenn die Seitenteile abgebaut sind, kommt die nächste Hürde. Man muss fast alle Kabel, auch die Flachkabel, lösen, um weitermachen zu können. Keine Angst vor dem Kabelsalat. Die Kabel lassen sich beim Zusammenbau recht einfach neu einstecken. Hier hat Ken mal gute Arbeit geleistet. Bei den Kabeln, die sich beim Netzteil befinden, kann man den Eindruck bekommen, als sollte man bewusst irregeleitet werden. Bitte schaut euch die Steckverbindung genau an. Es kann vorkommen, dass man die Steckverbindung falsch trennen möchte und die Kabelverbindung ist hin. Zieht nicht einfach an den Kabeln. Wenn man die Kabelsteckverbindung gelöst hat, was unbedingt sein muss, sollte man auch gleich das Netzteil ausbauen. Nun kommen die schwer zugänglichen Schrauben dran. Zu diesem Zweck benötigt man einen langen, dünnen Kreuzschraubenzieher. Wenn man nun mühselig alle Gehäuseschrauben entfernt hat, kann man die Scan-Einheit vom Drucker vorsichtig trennen. Bitte nochmals alles genau anschauen, bevor man die Scan-Einheit löst. Als die Scan-Einheit entfernt war, wollten wir nun das Druckwerk ausbauen. Aber auch da hat uns Scannen den Weg nicht einfach gemacht. Eine versteckte Schraube hält die gesamte Druckeinheit fest. Nach langem Suchen haben wir den Weg gefunden, wie wir doch noch an diese Schraube rankommen. Unter der Führungsschiene, dort, wo sich der Druckkopf befindet, wie im Video zu sehen, ist noch eine unscheinbare, sehr wichtige Schraube. Diese Schraube hält den Kabelbaum fest und der muss ab. Auch diese, nennen wir es mal versteckte Schraube, muss raus. Wenn die Schraube gelöst ist, wird der Kabelbaum zur Seite gedrückt. Mit einer Taschenlampe und einem scharfen Blick kann man die perfekt versteckte Schraube finden, die das Druckwerk zusätzlich am Gehäuseboden festhält. Auch hier kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Schraube nur zu diesem Zweck eingebaut wurde, damit man die vollen Tintenkissen ja nicht wechseln kann. Bevor man die Druckeinheit aus dem Gehäuseboden nimmt, müssen die restlichen Kabel von der Platine gelöst werden, da man sonst den Kabelbaum nicht zur Seite drücken und die versteckte wichtige Bodenschraube nicht lösen kann. Auch das Netzteil muss raus, wobei das die einfachste Aufgabe ist. Nachdem die Kabel gelöst worden sind, können die Befestigungsschrauben vom Druckwerk mühselig ausgebaut werden. Auf der linken Seite des Druckers geht das recht einfach. Auf der rechten Seite müssen auch der USB-Stecker und der Fax-Telefonanschluss ab. Wenn man nur die Schrauben gelöst hat, kann man das Druckwerk von der Gehäuseplatte abheben. Man sieht die vollen Tintenkissen. Wichtiger Hinweis. Wenn der Drucker anzeigt, dass die Kissen voll sind, sind die wirklich voll. Leider hat Canon nur kleine Tintenkissen verbaut. Man könnte auf den Gedanken kommen, es soll einfach nur bis nach der Garantiezeit reichen. Mehr wäre hier besser gewesen. Hätte man eine kundenfreundliche, abnehmbare Bodenplatte gebaut, müsse so ein Zirkus wegen der vollen Tintenkissen gar nicht sein. Wir haben entschieden, die vollen Tintenkissen auszuwaschen und zu trocknen. Nach dem Trocknen wurden die Kissen zur weiteren Nutzung wieder eingebaut. Auf neue haben wir bewusst verzichtet. Wir glauben, dass es besser gewesen wäre, neue zu benutzen. Das ist uns aber einfach mal egal. Hier sieht man noch einmal einen Blick unter das Druckwerk. Das ist nichts Spektakuläres. Nach Reinigung der Tintenkissen wird der Drucker zusammengebaut. Mal sehen, was die Funktionsprüfung ergibt. Als der Drucker eingeschaltet wurde, kam wie erwartet die Meldung Fehler 5800 Service erforderlich. Hier zeigt Kennen wieder, dass da noch eine Hürde zu nehmen ist. Nach einigen Überlegungen und Beratungen ist es uns auch noch gelungen, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Es gibt, wie es bei Kennen üblich ist, versteckte, verbraucherunfreundliche Befehle. Man muss das Service-Menü aufrufen. In der Anleitung ist natürlich nichts darüber zu finden. Es ist frustrierend, wenn man die Kissen nun sehr mühselig gefunden und gereinigt hat, dass die Meldung mit dem Service immer noch erscheint. Das soll uns aber nicht abhalten, weiter zu forschen. Mit etwas Spielerei ist es uns gelungen, hinter das Geheimnis der vielen Knöpfe des MX700 zu kommen. Und siehe da, mit verschiedenen Tastenkombinationen können die Betriebsdaten des Druckers gedruckt werden. Selbst das Zählwerk wurde auf Null gesetzt und dem Drucker konnten wir sogar mitteilen, dass er neue Tintenkissen bekommen hat. Nun kann er hoffentlich zwei weitere Jahre für uns erneut arbeiten, falls nicht noch andere unerwartete Abschaltungen erfolgen, denn er besitzt ja noch ein Fax und eine Scaneinheit. Dann werden wir wieder aktiv oder wir besorgen uns gleich ein anderes Gerät von der Konkurrenz, die ihre Kunden noch schätzt. Die genauen Tastaturbefehle werden in einem weiteren Video gezeigt.